Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Trading mehr als vorher. Wir treten heute Bitcoin. Ich bin kein Anlageberater, ihr sollt mir nichts nachmachen. Dieses Video dient nur eurer Unterhaltung und meines Zeitvertreibs. Es ist Montag und Montag öffnet die Börse. Wenn die Börse öffnet, dann kommt frisches Geld in den Markt. Das treibt den Bitcoinpreis in die Höhe. Zumindest war es in der Vergangenheit so. Man kann zwar von der Vergangenheit nicht in die Zukunft schließen, aber wenn dem so ist, sollte in den nächsten fünf Stunden eine Preiserhöhung von fünf Prozent drin sein. Wir setzen 500 Euro bei einem Hebel von fünf und hoffen auf 25 Euro Gewinn. Das mag für viele wenig Geld sein, aber hier geht es um mehr als vorher. Es ist, als wie wenn man eine Sache gegen eine andere tauscht und am Ende mehr als vorher besitzt. Es ist 9 Uhr, los geht's. Das Ergebnis seht ihr am Schluss dieses Videos. Viel Spaß. Die Trading Plattform ist BingX. Und nun setzen wir unseren Betrag. 2.500 Euro. Und der Hebel ist 5 Euro. Und das macht eine Margin von 499 Euro. Langwort eröffnet. Der Preis soll steigen. Wir werden liquidiert bei 52.066 Euro. Das sollte nicht der Fall sein. Und bestätigen die Marktotter. Und die Marktotter wird ausgeführt. vor directamente. Und dann lasst das Le selfishfenn. Die ehelbegr accumuluert.ielfenn.